Eine alte Börsenweisheit besagt, vor einer Rezession ist die Gier am größten und derzeit erleben wir vor allem sehr viel Gier gegenüber Tech-Werten, KI. Hurra, es reicht einmal KI zu sagen, dann ist das schon mal ein Prozent Anstieg und wir sehen jetzt eigentlich eine Rückabwicklung dessen, was am Freitag passiert ist. Am Freitag hat sich noch getitelt im Markeflüster die große Rotation, weil eben sehr viel Geld in Value-Aktien geflossen ist. Wir hatten Value-Indizes wie den Dow Jones, wie den Russell 2000 in den USA sehr, sehr stark, aber heute hat sich dieses Bild wieder umgekehrt und der Grund dafür ist, dass die Rezession wahrscheinlicher geworden ist. Wir haben heute den ISM-Index-Dienstleistung gesehen, der war sehr, sehr schwach, dazu gleich mehr, aber hier nochmal Diego Fastnacht mit diesem Satz hier vor einer Rezession ist die Gier am größten. Und schauen wir uns das mal an für den Greed-Index bei 73. Menschliches Verhalten wiederholt sich. Auch das ist eine sehr wichtige Bemerkung, die wir hier sehen. Und hier sehen wir diesen ISM-Index-Dienstleistung. Dienstleistung ist ja der Bereich, der derzeit verhindert, dass es der Wirtschaft wirklich schlecht geht, dass wir in einer Rezession sind. Warum? Weil Dienstleistung ist zum Beispiel im BIP der USA mit 80 Prozent gewichtet. Wir haben schon eine Rezession im Industriesektor, im Gewerbesektor, aber eben noch nicht im Dienstleistungssektor. Da läuft die Sache noch oder lief noch, aber jetzt sehen wir, dass wir hier nur noch bei 50,3 sind. 50 ist die Schwelle zwischen Wachstum und Kontraktion und eigentlich war doch dieser Dienstleistungssektor so richtig stark. Wir sehen, dass die Preise zwar ein bisschen zurückgekommen sind mit 56,2, aber das heißt, alles über 50 bedeutet, dass die Preise weiter steigen. Wir sehen Employment im Dienstleistungssektor jetzt unter der 50er Marke, also kontrahierend. Und hier sehen wir mal unten in diesem Chart, wie stark die Sache hier nachzulassen scheint. Wir hatten ja Ende 2021 so richtig Bombenwerte mit fast 70. Jetzt geht es kontinuierlich nach unten, dann kurze Erholung, jetzt wieder nach unten. Und auch hier wieder Diego Fasnacht, der sagt, der Gewerbesektor, der Industriesektor ist im Grunde ein vorlaufender Sektor. Dienstleistungssektor ist so ein bisschen wie der Arbeitsmarkt, ein bisschen später. Und wir sehen also noch diesen jetzt abflauenden Boom im Dienstleistungssektor, während eben die Industrie, während das Gewerbe schon lange in einer Rezession ist. Bis dort haben wir auch schon Deflation im Gütersektor. Das haben wir beim ISM-Index Gewerbe gesehen. Da sind die Preise sogar rückläufig gewesen. Aber der inflationäre Druck, der kam eben aus diesem Dienstleistungssektor. Aber hier haben wir noch mal Bestätigung auch. Industrieaufträge heute auch in den USA veröffentlicht. Plus 0,4, immerhin Wachstum, aber schlechter als erwartet mit 1,1%. Plus, aber die Auftragseingänge ohne Transport, sogenannte Kernrate, sogar rückläufig anders als erwartet. Also das sind schon ziemlich schwache Daten, die zeigen, es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Morgen Stanley dagegen sagt, ach was, das wird schon gut gehen. Wir werden eine Rezession 2023 vermeiden. Die invertierten Zinskurven sagen das Gegenteil, aber das weiß man meistens erst hinterher. Und wir sehen aber diese unterschiedliche Reaktion der Märkte auf eben diese Daten heute. Wir sehen den Dow Jones im Minus, wir sehen den Russell im Minus über 1%. Aber wieder mal eben vor allem Tech im Plus, Nasdaq 100 am stärksten im Plus. Das liegt vor allem auch an Apple, die heute ja ein neues Produkt vorstellen wollen. Nach 530 Jahren mal wieder ein neues Produkt von Apple, die innovativste Firma auf dieser Welt, meine Damen und Herren. Heute soll ein neues Produkt her, so eine Art Kopfhörer mit virtuell und viel KI. Das ist das Wichtigste. Es muss sehr viel KI sein, sonst wird es schwierig für die Aktie. Und ja, es gibt sehr, sehr hohe Short-Positionen im S&P 500. Man weiß aber nicht genau, was das genau ist. Sind das Absicherungspositionen? Sind das Netto-Short-Positionen? Aber es gibt vor allem eben auch die größte Long-Position im Nasdaq seit über einem Jahr. Also ganz schwer zu deutendes Bild. Wir werden gleich dazu mehr noch sehen. Jedenfalls der Nasdaq jetzt mit dem ehrenbesten Halbjahr seit 1991. Aber 1991, soweit ich mich erinnere, waren die Zinsen nicht über 5%. Normalerweise sagt man ja, dass hohe Zinsen nicht so gut für Tech-Werte sind. Aber von wegen, da ist keiner dabei bei dieser Rally. Die Hedge-Funds, die haben jetzt in den letzten Wochen, in den letzten vier Wochen genauer gesagt, so stark zugegriffen wie zuletzt im Februar 2021 bei den Tech-Werten. Das, was da gekauft wurde, ist in der obersten 99. Perzentile, also fast singulär in der Geschichte. Das ist eine richtige Manie. Wir sehen hier der Nasdaq jetzt praktisch stärker, höher über seinem 200-Tages-Durchschnitt, als wir das bei dem Top im Jahr 2021 gesehen haben. Sie sehen oben den RSI schon total überkauft. Es braucht jetzt nur noch irgendwie einen Trigger, damit da eine Korrektur beim Nasdaq kommt. Wir sehen hier, bisher verhindert diese Korrektur oder Eintreiber dieser Tech-Rally sind vor allem die Call-Volumen. Wir sehen, dass das wieder maßgeblich nach oben gegangen ist. Das ist der alte Sport wieder. Du kaufst eine Option, meistens eine, die dann noch am selben Tag verfällt. Und Booms, die Geschichte geht nach oben, weil die Market-Maker mitgehen müssen. Die müssen sich absichern, müssen dann das Underlying kaufen. Und 2022, als die Zinsen stiegen, hieß es noch, FANG ist tot. Jetzt ist alles andere tot bis auf FANG. Und das, obwohl die Zinsen ja scheinbar nicht fallen, wie die Märkte sich das eigentlich vorgestellt haben. Und hier sehen wir, wie wenig Sorge da in diesem Markt ist. Put-Call-Verhältnis ist extrem gering. Es ist normalerweise nicht der optimale Zeitpunkt, um in diesen Bereich jetzt noch mal einzusteigen. So etwa auch bei Nvidia. Klar, solche tunden Blasen, die können länger dauern, als man denkt. Aber gucken wir uns mal die Kennzahlen von Nvidia an. 26 Milliarden Umsatz. Wenn wir uns jetzt mal die großen vier anschauen, also Microsoft, Apple, Google, Amazon, die haben etwa das 10- bis 20-fache an Umsätzen. Und dementsprechend Nvidia das 38-fache der Marktkapitalisierung in Relation zu den Umsätzen. Das heißt, Nvidia müsste jetzt 38 Jahre lang nur Umsätze machen, um mal die Marktkapitalisierung reinzubekommen. Im Moment 200-fache der Earnings, also der Gewinne, das sind Dinge, die Fahnenstangen sind, die nicht auf Dauer der Fall sein werden. Es ist immer nur die Frage, wann platzt diese Blase? Denn dass Nvidia ein aussichtsreiches Unternehmen ist, das will ich ja überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wird da wirklich so viel passieren? Wird da wirklich dieser Mega-Hype sich dauerhaft fortsetzen? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir sind jetzt offiziell auch beim S&P 500 in einem Bullenmarkt, also 20% gestiegen seit dem Tief, das wir im Oktober gemacht hatten. Und schauen wir uns mal die Marktbreite an. Das ist die geringste Marktbreite, die wir jemals bei einem Start eines Bullenmarktes hatten. Also das ist schon ziemlich extrem. Und gucken wir uns mal den Equal Weight Index an, also den S&P 500, wo alle Aktien gleichgewichtet sind. Hier sehen wir das 9. Death Cross seit dem Jahr 2009. 2009 ein Death Cross ist ein Chartsignal, könnte man sagen. Wenn sich also ein 50-Tages-Durchschnitt zum Beispiel, wenn der von oben kommt, den 200-Tages-Durchschnitt kreuzt, gilt das als Verkaufssignal. Mal sehen, ob das sich wieder manifestiert. Wie gesagt, am Freitag, da haben solche Indizes wie der Russell deutlich zulegen können. Heute die ganze Geschichte wieder retour. Und für die Gesamtmärkte gilt, dass wir wahrscheinlich jetzt einen deutlichen Liquiditätsentzug sehen werden, weil schlichtweg ohnehin die Geldmenge bereits sinkt. Die Fed weiter ihre Bilanz reduziert. Wir haben gesehen, dass die Bilanz um 50 Milliarden Dollar gefallen ist. Jetzt kommen wahnsinnig viele Anleihen auf den Markt. Eine halbe Billion muss der US-Staat jetzt an Schulden aufnehmen. Und zwar sehr zügig, noch in diesem Juni. Und irgendwer muss die kaufen. Das heißt, da entsteht eine Liquiditätskonkurrenz. Das dürfte dann für die Märkte schwierig werden. Zumal Jim Cramer sagt, also bleibt cool, bleibt bullish. Wie mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt, astreines Short-Signal. Und ebenso sieht das auch Diego Fasnacht. Der sagt vor allem, in der zweiten Juni-Hälfte dürfte der größte Liquiditätsentzug seit Jahren passieren. Weil nicht nur in den USA, sondern eben auch in Europa durch die Rückzahlung der Teltro-Geschichten der Banken an die EZB etwa eine halbe Billion da rausfließen wird. Also das wird eine spannende Zeit, wenn wir jetzt so angespannt sind, so nach oben überdehnt sind. Der heute schlechte Nachrichten für Kryptofans. Und Coinbase ist angeklagt worden von der SEC wegen praktisch einer missbräuchlichen Anwendung einer Plattform, die eigentlich gar nicht hätte genehmigt werden dürfen. Wir müssen die Öffentlichkeit davor schützen. So, der legendäre Gary Gensler, praktisch ein Conflict of Interest, also praktisch Interessenskonflikte. Relativ harter Tobak, das hat den Bitcoin-Preis, hat den gesamten Kryptomarkt heute mit nach unten gezogen. Kommen wir nochmal nach Deutschland, meine Damen und Herren. Hier, der ehemalige Siemens-Chef Joe Kayser mit einer interessanten Beobachtung. Und der CO2-Ausstoß, der statt den stillgelegten AKWs betriebenen Braunkohlekraftwerke erreicht pro Jahr etwa das CO2-Niveau, das wir mit der Wärmepumpisierung, könnte man sagen, des gesamten Gebäudesektors einsparen. Also würde man schlichtweg darauf verzichtet haben, ein bisschen technologieoffener sein. Zumindest diese drei AKWs hätte länger laufen lassen. Dann hätte man CO2-technisch sehr viel mehr erreicht. Aber vielleicht geht es gar nicht um CO2, sondern es geht um etwas anderes bei den Herrschaften, die hier solche Dinge durchsetzen wollen. Wir sehen übrigens heute der Gaspreis, der ja in einem Zug gefallen ist, im Grunde von 350 Euro die Megawattstunde auf deutlich unter 30. Ist heute 20 Prozent gestiegen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wie gesagt, der Preis war auch schon im Bereich 25 gewesen. Also hat sich mehr als gezähntelt, das muss man sich mal vorstellen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen. Und zwar nicht von mir, dieser Artikel, aber extrem gut, weil von Wolfgang Müller eigentlich jetzt jemand, der nicht bärisch ist, sondern der die Dinge finanzmathematisch erfassen will. Der sagt, die Dotcom-Blase und die KI-Blase endet Nvidia wie damals Cisco. Cisco gibt es immer noch, aber damals in der Dotcom-Blase war Cisco extrem überbewertet. Und ist dann wieder eben auf ein normales Niveau gefallen. Reversion to the mean. Der Rückfall zum Durchschnitt wird immer wieder kommen. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Da sagen die bösen Herrschaften einer amerikanischen Bank, verkauft jetzt europäische Aktien, denn die haben einen schwierigen Sommer vor sich. Eben wegen der Rezensionstendenzen, die wir in Deutschland ja schon ausgeprägt haben. In anderen Ländern der Eurozone auch. Und weil eben Liquidität entzogen wird, diese beiden Artikel möchte ich empfehlen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.